Eins, zwei, drei. Dankeschön. Bravo. Es ist tatsächlich gelungen, dieses Brückenbauwerk in 91 Tagen sozusagen zu errichten und für den Verkehr freizugeben. Ganz besonderer Dank gilt der bauausführenden Firma, der Firma Po, auch die Firma NCA. Die Stahlbauer aus Kärnten haben Unglaubliches geleistet. Diese Brücke steht für die Sicherheit im Hochwasserfall, für das Vertrauen, dass politische Versprechen eingehalten werden und die Verlässlichkeit der österreichischen Handwerksqualität. Und das zwei Tage vor Weihnachten, das schönste Christkindl, das ich mit der Silner wünschen kann. Ein herzliches Dankeschön an alle Beteiligten.